Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Erstmal ein Sorry, dass ich längere Zeit kein Video mehr gemacht habe. Das liegt einfach darin, dass ich beruflich sehr eingespannt bin, sehr viel zu tun habe. Zumeist auch etwas später nach Hause komme und dadurch die wenige Zeit, die ich habe, die nehme ich dafür, um einfach eine Runde zu zocken oder halt dann für die Familie. Und es ist natürlich klar, dass die Sachen vorgehen, gerade die Familie. Und deswegen habe ich halt nicht so viel Zeit dafür. Aber trotz alledem, dass nicht sehr viel von mir zu sehen war, habe ich es geschafft, oder ihr habt es möglich gemacht, die 500 Marke zu knacken. Das heißt, ich habe über 500 Abonnenten und dafür möchte ich mich sehr viel bei euch bedanken. Und dieses Video dient auch dazu, ein paar Infos mal zum Besten zu geben. Und zwar, wie es um die Zukunft von mir aussehen soll. Wie gesagt, das mit dem beruflich, das wird auch nicht weniger. Aber ich möchte trotzdem versuchen, das ein oder andere Video für euch zu machen. Deswegen, stay tuned, schaut auf meinen Kanal und verfolgt ihn. Aber nichtsdestotrotz möchte ich auch auf meinen Twitch-Kanal verweisen. Twitch.tv slash xmöpx Leider Gottes habe ich ja meinen alten Kanal verloren. Mein Twitch-Kanal, also sprich xmöp. Und musste halt einen kompletten neuen machen. Ich habe nämlich sehr viele Abonnenten da drauf. Damals, wo ich den alten noch hatte, da habe ich über 1100 Abonnenten gehabt, beziehungsweise Follower. Und ja, da war es was einfacher, wenn ich dann halt angefangen habe zu streamen. Da kam es dann halt vor, oder häufig vor, dass ich halt so 10, 15 Zuschauer im Schnitt hatte. Das war geil, das war cool. Es war zwar nicht jetzt mal so großartig, wie sich vielleicht manche vorstellen wollen, aber für mich hat es gereicht. Ich habe Stammzuschauer gehabt. Das hat mir mehr gebracht, als wie, was weiß ich, wenn ich 400 Zuschauer habe oder 500, die ich auch schon gehabt habe. Aber man konnte leider nicht dann wirklich so intensiv mit den Leuten interagieren, wie halt mit 10 oder 15. Natürlich würde ich mir auch jetzt die 400 Zuschauer wünschen, weil dann würde bestimmt mehr Follower hängenbleiben, als wie jetzt. Aber es läppert sich so nach und nach zusammen. Aber, naja. Ich strebe halt dann, wenn ich Bock darauf habe und halt auch Zeit. Und wenn ich halt abends am Zocken bin, dann schmeiße ich halt einen Stream an und lasse den Stream halt laufen. Verfolge zwar den Chat, aber konzentriere mich dann eher aufs Zocken. Wenn da mal einer reinkommt, natürlich rede ich dann auch mit ihm. Und, ja. Deswegen schaut ruhig mal auf den Kanal rein. Ansonsten, in der Vergangenheit gab es unheimlich viel zu sehen bei mir. Auch verschiedene Variationen auf meinem Kanal. Das wird auch wahrscheinlich so beibleiben. Also, ich habe nicht wirklich so eine, ja sagen wir mal, so einen roten Faden, dem ich folge. Sondern ich mache einfach das, worauf ich gerade Bock habe. Ja. Wie ihr auch gerade so im Hintergrund sehen könnt, werdet ihr das eine oder andere Game sehen, was ihr wahrscheinlich kennt. Oder was ich momentan am Zocken bin. Was vielleicht auch neu ist. Und so weiter und so fort. Oder vielleicht auch einen alten Schinken. Was alles auch immer. Nur, ähm. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, wo die Reise hingeht. Ich kann euch nur sagen, ich mache so weiter wie bisher. Ich versuche nur, ein bisschen mehr präsent zu sein. Das heißt, ich werde das eine oder andere Video versuchen zu produzieren. Wenn ihr Vorschläge habt oder wenn ihr Wünsche habt, was ihr gerne mal sehen wollt. Oder was für mich vielleicht gut sein könnte. Dann schreibt es unten in die Videobeschreibung rein. Beziehungsweise in die Kommentare. Und, äh. Ich werde da mal schauen, ob das vielleicht umsetzbar ist. Ob ich das für gut finde. Oder wie auch immer. Also, schreibt ruhig mal was rein. Traut euch. Ja, für die Zukunft gesehen. Ich weiß, ich hatte Division groß angepriesen und gesagt, ey, da starte ich wohl durch. Da mache ich was. Ja, ich muss sagen, ich habe es am Anfang auch gespielt. Habe es sehr viel gespielt. Vielleicht auch zu viel. Nur, ähm, dann ist es ziemlich eintönig geworden. Und, äh, für den einen oder anderen ist es, ist es ein geiles Spiel. Ich meine, ich muss auch sagen, es macht tierisch Spaß. Ich habe es letztens nach, wer weiß wie vielen Wochen mal wieder eingelegt. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Äh, in der, äh, DZ natürlich nicht so. Weil, ähm, ich bin Level 30. Und da laufen mir dann Leute. Beziehungsweise in der, äh, DZ bin ich mittlerweile Level 88. Und 30 oder 37 oder so. Und da laufen Gegner rum. Die sind halt 99. Und die rotzen mich so weg. Und ehrlich gesagt, da habe ich keinen Spaß dran. Aber ich habe auch gelesen, dass, äh, DZ allgemein nicht so spaßig ist, wie man sich das vielleicht wünscht. Aber, okay. Jedem das Seine. Wie gesagt, äh, wenn es halt keinen Spaß macht, dann spielt man halt was anderes. Es gibt ja genug andere Sachen. Ähm, ich muss sagen, für meinen Teil, ich habe Gefallen gefunden an, äh, Alien Nation. Was, glaube ich, auch schon zu sehen war. Ansonsten kommt es noch. Ansonsten Uncharted 4 bin ich auch am zocken. Amplitude zwischendurch. Trackmania. Fallout 4 habe ich mir jetzt geholt. Ähm, ich freue mich auf Battlefield 1. Das wird mein Highlight, glaube ich, dieses Jahr werden. Äh, Final Fantasy 15 kommt ja auch noch in diesem Jahr. Äh, die Dead Island. Äh, der HD Remake. Oder halt mal was auch immer, was da kommen wird. Das kommt jetzt, glaube ich, äh, jetzt Ende Mai. Da, das werde ich mir auch holen. Habe ich auch Spaß dran. Dann, äh, ja, was haben wir noch? Das neue COD. Ja, freue ich mich jetzt nicht so drauf, weil mich interessiert es null. Das einzigste ist das MW1. Da muss man halt noch schauen, wie man da dran kommt. Weil es gibt ja einige Gerüchte da drum, dass, äh, das, beziehungsweise, was ja Fakt ist, dass MW1 nur in Verbindung mit, äh, dem neuen, äh, Infinite Warfare zu kaufen ist. Also, sprich, diese Legacy Edition braucht man, um halt MW1 dann auch zu zocken. Dann wird aber darüber hinaus auch gemunkelt, dass man die Disc einlegen muss von dem neuen COD, um halt das MW1 zu zocken. Wenn das wirklich so ist, ja, dann tut's mir leid, dann sollen sie sich den ganzen Quatsch dann sonst wo hinschieben. Dann warte ich da drauf, dass sie es dann doch vielleicht irgendwann im Store veröffentlichen als normaler PSN-Titel. Ansonsten werde ich gucken, dass ich mir vielleicht das neue COD hole, den Cota ausnehme und das Spiel direkt wieder verkloppe. Das wollen viele, aber wie gesagt, ich glaube, äh, wir müssen uns da überraschen lassen, in welche Richtung das dann später gehen wird. Ja, wie gesagt, ansonsten, MW1, freue ich mich unheimlich drauf. Ich bin da gespannt, was mich da erwartet. Und der Trailer hat ja schon viel, äh, ja, lässt er schon tief blicken. Ja. Ansonsten wusste ich jetzt nicht, was ich noch so erzählen sollte. Deswegen sage ich einfach, ich danke euch nochmal wirklich von ganzem Herzen, dass ihr es möglich gemacht habt, dass ich die 500, äh, Abonnenten geknackt habe. Ähm, ja, in diesem Sinne, wie gesagt, nochmal einen herzlichen Dank an euch und bleibt mir treu. Lasst auch gerne einen Daumen da. Wenn ihr was habt, schreibt es unten in die Kommentare rein, wie ich das vorhin ja schon sagte. Und ich bin raus dann. Ciao, tschüss, bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.